Das Schönste am Priestertum ist für mich die Feier der Eucharistie. Es ist ja manchmal so unglaublich. Da steht man am Altar, nimmt ein Stück Brot in die Hand und spricht diese Wandlungsworte und auf einmal hat man sein Heiland in der Hand, den, der mich erlöst und befreit. Das ist so unglaublich und da kann man nur so staunen davor, vor diesem großen Moment, wo der Herr auf einmal mitten unter uns gegenwärtig wird. Das ist unwahrscheinlich schön. Das ist unwahrscheinlich. Untertitelung des ZDF, 2020